Lange Rede, kurzer Sinn. So, gestern, für die, die jetzt noch nicht dabei waren, wir waren gestern auf dem Server Bloody City. Ich hab mich dort aufstream gewhitelistet, ich hab auch alles aufgenommen, ja, alles quasi gesichert, so, dass man mir später nicht sagen kann, ja, er ist geklaut oder das, weiß ich, ihr kennt diese Dreckszene, okay? Und wir haben da so ein bisschen gespielt und das Einzige, was wir da gesehen haben, ach, genau, das muss man ja noch dazu sagen, wir haben dort 25 Euro ausgeben müssen, damit wir da überhaupt erst raufkommen, okay? Okay, damit wir dort erst überhaupt wieder raufkommen. 25 Euro musst du erstmal vom Kopf, bevor du da mit irgendjemandem reden darfst, ausgeben. Alles klar, haben wir gemacht. Bin ich der Meinung, dass man 25 Euro ausgeben sollte für so eine Scheiße? Nein, muss man nicht. Aber, weißt du was, ich muss ja meiner Community auch mal zeigen, was in dieser Szene los ist. Wenn man der Meinung ist, ja, man muss 25 Euro verlangen, damit die Leute überhaupt hier spielen dürfen, dann sollte ja einem auch so ein bisschen was geboten werden, oder? Ja, gemacht, getan. Ein Kumpel von mir, ein Real-Life-Kumpel von mir, spielt auch auf diesem Server, ja? Der Hassan, ihr kennt ihn. Hassan ist auf diesem Server nicht durch mich aufmerksam geworden, ja, sondern durch die Streams von Gazi. Ja, er ist ein Zuschauer von Gazi. Er sagt, ey, ich feiere diese Art und Weise, wie man dort RP spielt, ist Lachkick. Und es gefällt ihm. Und natürlich hat er auch noch so ein paar Dinger von uns gesehen. Ja, meine Streams guckt er sich ja auch rein. Er ist ja auch hier aktiv im Chat. Ihr seht ihn, ihr kennt ihn. Alles gut. Er hat sich dafür entschieden, dort zu spielen. Und das ist schon so ein paar Tage her. Das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt sofort draufgegangen bin. Und ihr habt gestern gesehen, was da los war. Ja, von rassistischen Trollern, ja, bis hin zu, Dicker, ich will jetzt hier gar nicht von Fail-RP oder sowas reden. Leute, ich will hier jetzt nicht erzählen, oh, das ist Fail-RP und da war hier, keine Ahnung, Metagaming. Davon will ich gar nicht reden. Ich möchte euch sagen, ich habe Server gesehen, auf denen es nicht mal eine Whitelist gibt und trotzdem hast du so eine Scheiße da nicht erlebt. Habt ihr die Geschichte mit den Ballers da gesehen, ja? Leute, die komplett, also es waren komplett, ich will nicht zu sehr auf diese Leute eingehen, weil es nicht alle von denen, aber da waren einige einfach komplett bescheuert in der Birne. Geistig beschränkt, ja, also die verdienen dort, also somit verdienen die ihr Geld an geistig beschränkten Menschen. Alles klar. Also ihr habt gesehen, was da passiert ist und der Chat hat mir gesagt, Bruder, geh in den Support, das geht nicht, Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Während wir im Support waren und die das gesehen haben und die ersten Supporter, die da waren, die meinten eigentlich, ey, Dicker, das geht nicht. Und haben diese Lenics dort in den Support gerufen. So, die haben dann auch nochmal ihren Clip gezeigt. Das alles, was wir denen schon gezeigt haben, zeigen die auch noch einmal. Auf einmal gibt es eine neue Sichtweise. Wisst ihr? Und ihr müsst euch mal vorstellen, die sehen das Video, ja, was ich denen gezeigt habe, die sehen dasselbe Video und auf einmal haben sie eine andere Sichtweise. Genau das ist der Grund, warum diese ganzen Schwanz-Server, diese Hunde, euch immer wieder erzählen wollen, mute deinen Stream. Weil, ob du mitbekommst, ja, was für widerliche Menschen das sind, ob du das selber mitbekommst, spielt für die überhaupt keine Rolle. Ob ihr aber als Zuschauer das mitbekommt, das triggert dir am meisten. Und wisst ihr was? Heute werdet ihr richtig böse getriggert. Also nicht die Zuschauer, sondern diese kleinen Hunde, die euch immer erzählen, mute den Stream. Und gerade der Schwanz, der sein Regelwerk da aufgeschrieben hat, als, Dicker, dein Regelwerk, ich sag dir ganz ehrlich, ne, mein Klopapier. Mein Klopapier ist mehr wert. Auf einmal kommt dann ein anderer Supporter dazu, ein völlig, also, ihr müsst euch vorstellen, ein Stück Scheiße, ja. Kommt da an mit einer Art und Weise, man würde denken, guck mal, du bist ein arbeitsloser Pietsch und fühlst dich in einem Discord, weil du ein Admin bist? Er kommt mit einer Art und Weise, also, was ich da gerade gesehen habe, nein, du, du wirst jetzt erstmal gebannt. Ich so, wer denn, ich? Das hatten wir ja noch am Stream, ne, ihr konntet die nicht hören. Oder vielleicht auch nur ein, zum Stück ein bisschen. Und dann hat er mich direkt gebannt. Und die anderen durften weiter drin spielen. Hassan ist noch auf dem Server, ja, er ist noch in dem Discord. Die sitzen dort mit sechs Supportern und zwei von diesen Hunden da und reden alle auf Hassan ein. Ihr habt mitbekommen, wie dieser kleine Schwanz sich dort noch entschuldigt hat, weil er zu Hassan gesagt hat, ich fick deine Mutter. Der hat das sogar auch dem Support zugegeben. Am Ende des Tages, lange Rede, kurzer Sinn, haben sie zu Hassan gesagt, Hassan, du wirst jetzt gebannt, weil du beleidigt hast. Er meinte, hä, warte mal, wo habe ich denn beleidigt? Wo habe ich denn beleidigt? Er sagt, du hast doch gesagt, hier, unter Ede und sowas. Als er zu ihm gesagt hat, ja, du kannst meine Hand küssen, unter Ede und sowas. Das ist eine Beleidigung. Er meinte, ja, und? Das ist jetzt, ja, das ist eine Beleidigung. Also wirst du jetzt gebannt und haben ihn damit gebannt. Und die Leute, die dort diesen Scheiß gestern da abgezogen haben, dürfen weiterhin da bleiben. Ich habe denen natürlich maximal gesagt, was sie sind. Ich sage auch hier noch einmal an Kianusch, der immer in seinen Streams sagt, Die Theorie, dass die Erde rund ist, gibt es auch circa seit 300 Jahren. Ehrlich. Und es gibt kein Bild von der Erde, ne, Leute, das wollte ich auch nochmal sagen. Ach, Digga, weißt du was? Erstens halt deine F*** und ich hoffe, diese 25 Euro werden in irgendeiner Art und Weise von dir und deiner Familie sehr, sehr schlimm wieder rauskommen. Ja, sehr, sehr schlimm. Ihr habt uns um unser Hack betrogen. Und für Gazi gilt genau dasselbe. Diese 25 Euro sollen auf schlimmste Art und Weise von euch wieder rauskommen. Warum sage ich das? War Gazi denn nicht bei uns im Stream und hat sich eigentlich darum gekümmert? Hat Gazi mir nicht ein Bild geschickt mit einer, kann ich euch auch mal zeigen? Gazi uns nicht ein Bild geschickt, Bruder? Wir haben uns unterhalten, ich habe ihm gesagt, was Sache ist, okay, und gesagt, ey, komm, und er hat mir auch noch gesagt, ihr wisst es ja, und ihr werdet es auch in diesem Stream sehen. Entweder, also ich kann dir deine 25 Euro zurückgeben, Bruder, oder ich entbannen. Denkst du, mich interessieren die 25 Euro so sehr, als wie ihr mit den Leuten umgeht? Nein, nein, ihr zieht den da zur Rechenschaft. Da, da, das möchte ich. Das möchte ich. Ich will gar nicht entbannt werden. Plus, ich kann kommen, wann ich will. Ich will, guck mal, du kannst mich nicht bannen, Decker. Die checken es nicht, ne? Die werden es auch in 10 Jahren nicht checken. Ihr seid zu blöd dafür. Ihr könnt mich nicht bannen, okay? Ich habe ihm gesagt, tu mir aber einen Gefallen. Hassan ist, guck mal, Hassan ist ein Zuschauer von dir, der ist wegen dir auf diesen Server gekommen und so wurde mit ihm umgegangen. Und den wahren Grund, warum Hassan gebannt worden ist, den zeige ich euch auch gleich. Er meinte, weißt du was, okay, ich habe mir jetzt seine Geschichte angehört, ich muss mir aber natürlich auch diese andere Seite anhören und dann ist gut. Dann hat er mir ein Bild geschickt, nämlich das hier. Mit dem Kommentar, er ist raus. Und hat dann noch dazu gesagt, er konnte sich nicht ausführlich erklären. Er konnte sich ausführlich nicht erklären und deswegen ist er raus. Und ich dachte mir, Decker, also du kannst ja gar nichts mehr zu ihm sagen. Ich kann dem ja gar nicht mehr irgendwelche Vorwürfe machen. Ich kann ja keinem Gazi einen Vorwurf machen. Ich kann ja keinem, ich kann da niemandem einen Vorwurf machen. Die haben gesehen, da ist Dreck passiert und die haben sich um Dreck gekümmert. Daraufhin habe ich ihn angerufen und ich wollte ihn nicht lange aufhalten, weil ich kenne das. Jeder will mit dir reden und alle Fanboyen rein, damit er auch seine Ruhe hat, sein Gewinn. Also ich dachte mir, es interessiert ihn. Warte mal, wie, Bruder, er meinte, Digga, ich sehe deine Nachricht. Ich habe dem auch geschrieben, mein Hack soll euch haram sein. Und daraufhin habe ich den danach angerufen und meinte, pass auf, ich will dich nicht lange aufhalten. Danke für deine Nachricht. Von meiner Seite aus ist alles in Ordnung. Ich will kein Geld. Er meinte zu mir, komm und spiel weiter drauf. Wenn das dein Content ist, ist das dein Content. Bruder, der hat voll korrekt geredet. Digga, der hat voll korrekt geredet mit mir. Übertrieben korrekt. Ich dachte mir so, Digga, hä, wie geht das, Digga? Warum ist der so korrekt um das solche H***ensöhne? Ich meinte, pass auf, nein, ich will kein Geld zurück, alles gut. Tu mir nur einen Gefallen, dieser Hassan, Digga. Der will da so sein Ding machen, hä? So, er meinte, ich kümmere mich drum, alles gut, alles gut, so. Er gibt mir sein Wort, er gibt mir sein Wort. Digga, ich gucke heute rein, dieser H***ensöhne, der uns da gestern abused hat, in dem Support, ne, der sich da gefühlt hat, als wäre er der King in seiner Hood. Der ist wieder, der ist im Team, Digga, hä? Der ist im Team, Digga. Digga, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwann, Digga, hat der mir nicht gerade sein Wort gegeben? Ist dein Wort so wenig wert? Es wird besser. Es wird viel besser, Digga. Es wird jetzt viel, viel besser. Hassan wurde immer noch nicht entbannt und er ist im Support. Und die sagen zu ihm, Brasco hat Screenshots bekommen. Brasco hat Screenshots bekommen. Brasco soll uns sagen, wer ihm diese Screenshots geschickt hat aus unserem Team-Chat. Und das sagen die zu Hassan. Ich habe zu Hassan gesagt, sagt diesem H***ensöhne, er soll uns nicht verwechseln mit seinen N***ern. Ja, wenn er was möchte, soll er zu mir. Dann hat er mich angeschrieben und danach sind wir direkt in den Call. Das Gespräch hat normal angefangen. Wir haben respektvoll miteinander geredet. Bis er ein H***ensöhnen geworden ist. Und warum nenne ich ihn jetzt wieder einen H***ensöhnen? Er hat zu mir gesagt, du willst doch, dass Hassan entbannt wird, oder? Ich soll ihm sagen, wer das war. Ja, ansonsten entbannt er nicht Hassan. Erpresst du mich hier gerade? Du erpresst mich gerade? Wir reden hier nochmal mit dir und du erpresst mich gerade? Du H***ensöhnen? Guck mal, wenn du jetzt so kommst, dann können wir das Gespräch... Ja, verpiss dich doch, du H***ensöhnen. Danach ich... Ja, das halt. Ich gebe ihn halt weiter. Was soll ich ihm denn jetzt sagen? Sag mal, du willst mich erpressen mit meinem Kumpel? Wenn Hassan vor euch stehen würde, ich müsste gar nichts machen. Wer bin denn ich? Wenn Hassan vor euch stehen würde, rede mal mit ihm so. Geh mal zu Hassan und rede mal mit ihm so. Aber so von Face to Face. So, Digga, so ist der mir angekommen. So ist der mir angekommen. Dann meinst du mir, entweder du sagst mir, wer das ist, oder ich entbanne nicht Hassan. So ist der mir angekommen, Digga. Danach ist halt gesagt, was gesagt worden ist. Ich denke mir aber so, die ganze Zeit scheiß mal auf den. Ich will jetzt auch Gazi nicht weiter anschreiben, weil... Guck mal, ich hatte dasselbe mit Abo Goku gehabt. Genau dasselbe Ding hatte ich mit Abo Goku auch gehabt. Gib mir kein Wort, was du nicht einhalten kannst. Ich messe dich an deinem Wort. Du bist kein Mann, weil du einen Schwanz hast. Du bist kein Mann, weil du einen Penis hast, Digga. Wenn Gewicht in deinem Wort drin ist. Deswegen dachte ich mir, wenn ich den jetzt anrufe, eskaliert. Scheiß mal drauf, schreib mal diesen Manu an. Und Manu heißt Craniacs. Ich schreibe ihn an und sag ihm, ey, ich habe mit Gazi das und das gehabt. Wir haben diese und jene Abmachung. Und ich habe noch an dem Tag, also an dem Abend, zu Gazi gesagt, guck mal, ich habe meinen Stream gerade beendet. Hätte ich vorher deine Nachricht gelesen. Ich hätte das ja im Stream natürlich noch erwähnt, aber ich habe ihn jetzt gerade beendet. Ich mache das morgen. Ich sage ihm, ich schreibe ihm das alles, Digga. Ey, hast du Zeit? Wir können später reden. Gerade schwierig. Ich schreibe ihm dann kurz, gestern, dass es mit Gazi passiert. Das und das ist mit Gazi passiert. Wir haben das und das geklärt. Alles in Ordnung. Es ist immer noch so, dass deine Leute Filme machen. Ich sage dir jetzt schon mal, kriege ich keine Antwort, ist meine Abmachung mit Gazi nichtig. Und er sagt zu mir, ich gucke mir das mal gleich an. Bruder, ich kriege nach einer Stunde immer noch keine Antwort von dem. Ich sage, guck mal, passt mal auf, kurz und knapp, ihr seid Kinder, okay. Gazi gibt mir sein Wort und ihr gebt einen Fick auf seinen Wort. Heißt, ich kann eigentlich auch einen Fick auf seinen Wort geben. Und unsere Abmachung von gestern ist nichtig. Und er sagt, ich habe dir gesagt, wir reden später. Jetzt habe ich keine Zeit für, ach so, aber für, also deine Kinder, die können mit uns so umgehen. Und du hast jetzt keine Zeit, ja. Daraufhin war seine Antwort, schick mir dein Paypal, du und deine Diskussion um dein dreckiges Geld. Diese Menschen haben alle einen Preis. Die verwechseln uns anscheinend mit ihren Eltern. Und er sagt, ich schicke dir dein scheiß dreckiges Geld zurück. Und ich meinte, na, ruf hin, na, fick mal dein Geld, du Pitch. Geh und kauf deiner Mutter Kondome davon. Ich zeige euch mal, wie die so in ihrem Team-Chat unterwegs sind, Chat. Und ich zeige euch mal, warum ein Hassan wirklich gebannt worden ist. Miller, dieser Mann, schreibt, irgendwo tut Hassan mir auch leid, ja, weil er einfach mit dem falschen Typ gechillt hat und er wirklich nur RP machen will. Aber Sorge kann halt groß sein, dass er alles an Brasco weiterleitet. Also das ist der wahre Grund. Und ihr sagt zu mir, warum beleidigst du Brasco, warum bist du sauer Brasco? Und Elena, ich weiß, guck mal, gestern hast du noch bei dem ersten Support, äh, hast du noch bei mir, äh, gelutscht, ne? Hast du noch zu mir gesagt, ja, ja, ich feier dich, ich feier dich. Und jetzt im Team-Chat so, dieser Miller schreibt, ihr müsst bei diesen Hassan aufpassen, da er vermutlich die Gespräche im Support für Brasco aufnimmt. Ey, schärft. Und Elena schreibt, ja, der ist richtig komisch, der will die ganze Zeit im Call. Entweder stellt er sich dumm, oder er ist es wirklich. Hör mal zu, du kleine Prozesse, bitte. Da, wo Hassan ist, du wirst davon nur träumen können. Das, was Hassan hat, davon kannst du nur träumen. Also, ihr könnt natürlich 25 Euro ausgeben, damit die so über euch reden. Damit die so über euch in ihren Discords reden. Miller schreibt daraufhin, ja, er hat gestern schon alles für Brasco aufnimmt genommen. Das komplette Gespräch, Einreise, Plus-zu-Bot-Gespräch. Merkt ihr, was für einen Schiss die haben? Merkt ihr gerade, was für einen Schiss die haben? Warum wollt ihr denn nicht, dass andere Menschen hören und sehen, wie er mit anderen Leuten umgeht? Warum wollt ihr das nicht? Was ist los mit euch? Warum habt ihr so eine Angst? Maho schreibt, wenn ihr Beweise habt, dass er Support klebt, bestraft ihn noch dafür. Bestraft ihn dafür. Elena, er hat schon Perma. Könnt ihr mir sagen, was mit euch nicht stimmt? Könnt ihr mir sagen, was mit euch nicht stimmt? Janik, ihr wisst, dass der Junge gar nichts falsch gemacht hat. Das sagt ihr da, das schreibt ihr da. Aber euer minimales, wirklich minimales, kleines Ego muss ihn trotzdem bannen. Was seid ihr für Menschen? Und ich will dazu nochmal erwähnen, das sind Menschen, die erzählen euch, Alhamdulillah, wir sind Muslime. Und so gehen die im Ramadan mit euch um, Digga. Ich sage jetzt noch einmal hier, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, der jüdisches Glauben hat, der sagt, ich bin Jude, ist mehr Moslem als ihr. Ist mehr Moslem als ihr. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Was glaubt ihr, wer ihr seid? Seid ihr krank? Und ich weiß, nach diesen Aufnahmen werdet ihr immer wieder Angst haben, in euren Teamchats weiter reinzuschreiben. Jetzt gerade auch. Jetzt gerade auch. Schreibt da rein. Das kommt alles an. Macht dir gar keine Sorgen. Abfahrt, Digga. Jetzt geht's, es geht noch weiter. Kommen wir zu Craniax. Kommen wir zu Craniax. Das wird, ey, das wird jetzt eklig. Das wird jetzt eklig. Nein, 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 nein. Das, das bringe ich nachher. Das bringe ich gleich. Als erstes bringe ich mal das hier. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber diese ganzen 5M-Server, wenn du In-Gamers kaufen möchtest, verkaufen sie ja die Sachen über den TabX-Store, oder? Die verkaufen den Stuff doch über TabX-Store. TabX verdient ja was daran. Also, so, keine Ahnung, 5%, 10% ist mir auch scheißegal. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Aber wenn du auf einem dieser 5M-Server Sachen verkaufst und TabX umgehst, so dass man sich quasi diese TabX-Steuer spart, ja, und eigentlich an TabX abgeben muss, ist das dann nicht so, dass dein, dass der Server irgendwie komplett gelöscht wird? Ihr habt hier so Echtmarken wie Mercedes-Benz S63 AMG. Die verkauft ihr in einem Ticketsystem. Bruder, nein, geht nicht in die Streams von denen. Bitte geht nicht in die Streams von denen. Ich will nicht mit denen reden. Gestern haben wir geredet. Die haben gestern ihre Worte schon einfach in den Mulleimer reingesteckt. Sollen die das ihrer Community erklären? Ich kann immer, ich kann immer noch nicht verstehen, wie du mit deinem Gesicht, guck mal, es gibt einen Grund dafür, warum dieser B**** Craniacs sein Gesicht nicht zeigt. Es gibt dafür einen Grund. Wie kannst du, wenn der sich nicht mal traut, seine Fresse zu zeigen, mit deinem Gesicht für diesen Server werben? Alles klar, Craniacs, wenn du da drin bist, dann wird das jetzt auch nochmal auch sehr, sehr interessant werden. Ich würde gerne, also das musst du mir nicht erklären. Mich interessieren deine intimen Sachen nicht so besonders. Eventuell deine Community, weil ich weiß, du hast da so ein paar kranke Schweine drin. Ja, der gute Manuel aka Craniacs. Da haben sich so der ein oder andere gedacht. Da hat sich der ein oder andere so gedacht, ich such mal nach seinem Namen. Und er hat diesen Namen genauso reingeschrieben. Ich muss das, Digga, das muss größer werden, das Bild. Also ich, da hat sich ein KGB-Agent, ihr wisst alle, wer es ist. Ich brauche hier nicht weiter zu labern. Gedacht, ich such mal nach dem. Was hat denn der für Dreck am Stecken, Digga? So Twitch-Name und alles Mögliche. Und dabei ist er auf eine Seite gestoßen und dachte sich, Digga, warte mal, wo bin ich denn hier gelandet? Und das hier ist das Profil von Craniacs. Lieber Projektleiter, reicht es nicht, dass du die Leute auf deinem Server schon um ihr Geld fixt? Und soll ich dir was sagen, auf Ernst, den habe ich mehr Respekt als für euch. Die wollen doch ganz normal Geld verdienen. Warum gehst du auf Shemail's Tube? Unlimited Access to Live Shemail. Digga, wenn ihr wissen wollt, wo ihr 25 Euro dalassen könnt, um euch verarschen zu lassen, damit diese 25 Euro von den Besitzern an transsexuelle Personen gehen, joint dann bitte alle den Server. Bloody City. Ein absoluter Moos-Server, absolute kriminelle Ganoven, die mit Glauben oder anderen guten Werten, die sie angeblich hätten, in keiner Art und Weise... Digga, tut mir leid, ihr seid also... Damit ihr mal seht, dieser Typ, der sich auf solchen Seiten rumtreibt und euer Geld dort ausgibt, schreibt dann in den Discord, in den Teamchat, der von mir infiltriert worden ist, weil das ist ja ein Discord. Keiner kommuniziert mehr mit Brasco White, der Junge ist geistig eingeschränkt und weiß nicht, was er tut. Lasst ihn einfach in Ruhe, reagiert auf ihn nicht. Warum kommst du dann vorbei? Warum bist du denn jetzt gerade hier drinnen? Verstehe ich gerade nicht, ne? Keiner kommuniziert mehr mit ihm. Der Junge ist geistig eingeschränkt und weiß nicht, was er tut. Lasst ihn einfach in Ruhe, reagiert auf ihn nicht und alle von seinen Jungs permanent bannen. Heißt, dass du alleine auf meinem Discord bist, dass du alleine wie er... Ja, guck mal, der ist ja bei mir in meinem Discord. Er selber ist in meinem Discord. Er selber guckt meine Videos, dieser Fanboy. Möchte euch alle, nur dafür, dass ihr auf eventuell meinem Discord seid, scheiß mal darauf, meine Videos guckt. Will er euch dafür einfach bannen. Und dann schreibt hier der Patrick, kenne leider keinen der genannten Personen. Hab's mir aber vermerkt. Dann macht hier ein... Digga, du arbeitest da nicht in einer Behörde. Du bist da auf einem Travestiten-Porno-Discord. Sag mal, bist du... Digga, hä? Ich hab's mir aber vermerkt. Er hat da so einen Notizzettel neben seinem PC. Hallo, ja. Er hat deinen Maul, Patrick. Den auch bannen. Also lieber Gazi, du hast gerade, oder auch gestern schon, ja, nachdem du mit mir geredet hast und mir dein Wort gegeben hast, hat der Manuel dein Wort vergewaltigt. Du bist ein Mann, dessen Worte man nur vergewaltigen kann anscheinend. Also das ist... Ab jetzt kann jeder, jeder dir sagen, ich geb einen Fick auf deine Worte. Keanu, ich gebe einen Fick auf deine Worte. Wegen so einem Typen? Jungs, schämt ihr euch nicht? Der gibt euer Geld auf tausend Seiten aus, Digga. Schämt ihr euch nicht? Scheiße, 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 Digga. Ich wünsche euch viel Spaß auf diesem Discord. Oder wollte gestern einreisen bei Bloody, höre dann mal 25 Euro. Ja, dann musst du 25 Euro reinpayen, ja, dann reichst du ein und dafür wirst du dann gefickt. Und dafür wirst du dann gefickt, Bruder. Jeder, der an diesen Geldern, nicht nur an meinem Geld, ich sage das nur, weil ich eine Stimme habe, die ein paar Leute hören, Alhamdulillah, ja. So zwei, drei Leute hören meine Stimme, das ist ganz in Ordnung. Ich sage, diese 25 Euro, die nur von mir sind und ich denke mal, das sind noch ganz andere Leute, die ihr verarscht habt, sollen an euch und eure Nahestehenden auf dreckigste, ekligste und widerlichste Art und Weise wieder rauskommen. Die Waschmaschine ist im Schleudergang. Merk dir mein Gesicht, du merkst dir mein Name. Ich bin in Berlin auf Beton, bei denen, Frauen sind Tiere, Hunde. Ich darf nicht mit dir reden. Oh ja, ich bin ein Simp, Digga. Wir kommen im Super.